Hallo Leute, mein Name ist Chris Santos und willkommen zu Kira Mara Design. Wie ihr sehen könnt, werdet ihr mich noch eine Weile ertragen müssen. Das kleine Erinnerung, alles was ihr sehen werdet, wurde mit Farol Studio und von Kira Mara selbst erschaffen. Und das ist die bezaubernde Kira Mara. Ich kann immer noch nicht die Augen von ihr lassen. Kira Maras nächstes Design ist ein süßes Made Outfit. Sie hat sie in fünf hellen und in fünf dunklen Farben gefärbt. Dieses Set kommt in fünf Stücken, ein Kleid, eine Schürze, eine Strumpfhose, Schuhe und Handschuhe. Das erste Set ist weiß-blau. Wirklich zuckersüß. Sogar kleine Herzchenspangen auf den Schuhen. Die Spitze von der Schürze ist auch super süß. Als nächstes hätten wir ein schwarzes Set. Uh, mir gefällt der Gothic-Style. Und wie ihr sehen könnt, sind die Handschuhe, Schürze, Strumpfhose und das Oberteil sogar leicht durchsichtig. Zumindest die Spitze. Höschenblitzer, Höschenblitzer, oh. Ein weiß-gelbes Set. Höschenblitzer, Höschenblitzer, oh. Set Nummer vier kommt in einen schwarz-grün. Also, mir gefallen beide Arten sehr. Die hellen Farben haben echt was Süßes und die dunklen Farben haben so einen schönen Gothic-Style. Mir gefällt beides. Als nächstes ein weiß-lila. Als nächstes ein weiß-lila. Das ist ein weiß-lila. Auf geht's. Wenn du dich in deinen Schuhen hast, Dann muss ich dich in die Schuhen aus. 6, das gleiche in schwarz. Das nächste Set kommt in weiß-pink, so süß. Die ganzen Schleifchen machen es auch noch richtig süß. Nummer 8 beehrt uns in einem schwarz-rot. Ich hab das ist mein Favorit. Nummer 8 beehrt uns in einem schwarz-rot. Als nächstes hätten wir ein weiß-türkis. Nummer 8 beehrt uns in einem schwarz-rot. Und zu guter Letzt ein schwarz-blau. Nummer 8 beehrt uns in einem schwarz-rot. Nummer 8 beehrt uns in einem schwarz-rot. So, das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, vergesst nicht den Like-Button zu drücken und uns zu abonnieren. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr das Video mit euren Freunden teilt. übrigens auch noch ein wundervoll großes Dankeschön an unsere Supporte am Patreon. Ihr könnt es hier hinter mir lesen! Ah... Die Liste ist noch leer, ähm, vergesst es einfach. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!